Weil die ersten sechs Monate über das ganze Leben der Kleinen entscheiden, gibt es jetzt das neue Viskas Kleine Feine für Katzenkinder. Es gibt ihnen viel wichtiges Calcium, um groß und stark zu werden. Das neue Viskas Kleine Feine für Katzenkinder. Katzen würden Viskas kaufen. Im neuen Palmolive Duschgel vereinigen sich milde Reinigungssubstanzen mit sanfter Pflege. Das macht ihre Haut so unwiderstehlich streichelsanft. Das neue Palmolive Duschgel streichelsanft. Bayern, sein Himmel, sein Licht. Und seine Menschen, die zu feiern verstehen. Ihr Bier heißt Erdinger Weißbier. Herrlich. Liebenswert bayerisch. Und natürlich frisch. Erdinger Weißbier. Mit Leib und Seele Bayern. Das neue Palmolive Duschgel streichelsanft. Das neue Palmolive Duschgel streichelsanft. Accostatevi ad Agio, ai Cestelli di Ranieri. Abbandonatevi alla cremosità avvolgente. E liberate i sogni. I Cestelli. Original italienische Eiskeimkunst. Was werde ich ihm wohl alles geben? Meinen Mund? Meine braunen Augen? Meine ganze Wärme? Mein Sinn für Humor? Mein Rennrad? Viele glückliche Stunden. Und ich gebe ihm Pinaten. Mit Pinaten beginnt ein neues Leben. Neu von I Cestelli. Frutti di Bosco. Eiscremesahne und köstliche Waldfrüchte. I Cestelli. Original italienischer Eiscremekunst. Für meine empfindliche Haut gibt es jetzt den neuen Nivea Deo Balsam Zerstäuber. Ohne Alkohol. So sanft und trotzdem zuverlässig. Der neue Nivea Deo Balsam. 0% Alkohol. 100% Nivea. An seinem freien Tag hilft mein Mann im Haushalt. Überstrahlt das nicht alles? S-U-N-I-L Du hier Herrlich Ich bin richtig glücklich. Strahlend weiß wie die Wäsche dir Strahlend weiß wie das Kleid von ihm Strahlend weiß wäschst du dir 40 saubere Jahre Sonil und ständig wurde es verbessert. So gibt es heute das beste Sonil, das es je gab. Ja, das ist wirklich ein super Sonil. Und das gibt es jetzt im Happy Birthday Park zum einmaligen Aktionspreis. Überall im Handel. Wir führen Gutes im Schilde. Frisches Felddienst. Vergessen Sie herkömmliche Reiniger. Jetzt kommt FIS-Mikro. Der Anzweckreiniger für Boden, Bad und Küche. Was für ein Glanz. FIS-Mikro. Probieren Sie es aus. Sicherer Schutz für kleinere Wunden. Das wasserabweisende Hansaplast Robust Plaster. Gut, wenn es da ist. Hansaplast. Da können Sie sicher sein. Ständig im Rampenlicht. Keine ruhige Minute. Jetzt. Rexona Intensiv Duschgel. Power pur. Neu. Das Rexona Intensiv Duschgel. Nehmen Sie noch Waschmittel und Weichspüler? Dann bezahlen Sie womöglich zu viel. Nehmen Sie lieber Dusch 2 in einem. Waschmittel und Weichspüler in einem? Kaum zu glauben. Aber dann habe ich Dusch ausprobiert. Tadellos weiß. Hervorragend sauber. Und es macht wirklich weich. Ohne zusätzlichen Weichspüler. Dusch 2 in einem lohnt sich wirklich. Einfach Dusch 2 in einem kaufen und den Weichspüler sparen. Dusch Sommer frisch. Oder Dusch Frühlings frisch. Get it? Oh yeah. Koo-ah. Crunchchips. Crunchchips. Suddenly all your friends are here. Jacket. No one stays alone. That's clear. Fresh people. Crunchchips. Crunchchips. Spicy and crispy and tasty. Let's sing. Koo-ah. Crunchchips gifts. Your party is swing. Crunchchips. What's new? The power of color. Die neuen Aqua High Definition Color Filme. Nichts entgeht Aqua. Wenn ich mich frag, was das Leben heut bringt, dann weiß ich eines ganz bestimmt. Südlich holt die Sonne auf den Tisch. Immer wenn ich Südmich seh, denk ich eine gute Idee. Südmilch. Eine gute Idee. Wer stört am Sonntag? Bitte mehr Sini Minis. Die ganze Woche mache ich Sini Minis. Heute ist Ruhetag. Ach, bitte. Okay. Eine Schüssel. Eine Idee Zimt und Zucker auf meine Vollkorn-Weizen-Stückchen. Mh, fertig, Junge. Oh, lecker. Sini Minis von Nestle. Mit einer Idee Zimt für den großen Geschmack. Mami, Mami. Oh je. Schon wieder Schrammen. Damit Sie schneller heilen, gibt es die Bepanthen Rochebund und Heilsalbe. Ihr Wirkstoff dringt tief ein und hilft, neue Haut von innen aufzubauen. Bepanthen hilft der Haut, sich selbst zu heilen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und sonnenstrapazierte Haut braucht die unterstützende Kraft von Bepanthol. Bepanthol Roche Luzio. Hilft der Haut, sich selbst zu helfen. Das ist sie. Die perfekte Filtertüte für feinsten Spitzenkaffee. Und die ist wie geschaffen für milden Hochlandkaffee. Und diese hier ist für kräftigen Mocker ideal. Warum? Ganz einfach. Es ist immer das Original von Melitta. Mit mikrofeinen Aromaporen, die das Beste aus Ihrem Lieblingskaffee holen. Deshalb ist Melitta gefilterter Kaffee auch so ein Genuss. Mh, Melitta macht Kaffee zum Genuss. Keine Motten mehr in Ihrem Kleiderschrank. Paralmottengel mit natürlichem Lavendel. Für wirksame Frische. Paralmottengel. Stopp Motten. Mit Sicherheit. Das Leben ist riskanter geworden. Selbst ein ganz normaler Unfall kann heute die Existenz kosten. Damals nach dem Brand dachten wir, das ist das Ende. Die Leute erwarten zu Recht, dass wir als Versicherung nicht rumreden, sondern zahlen. Die kamen gleich zu uns raus. Und schon nach einem Tag hatten wir das erste Geld. Irre. Bei einem Schaden zahlt die Allianz schnell und unbürokratisch und hilft so, die Sicherheit ihrer Kunden zu bewahren. Hier geht es nicht um Versicherungsfälle, sondern um Menschen. Hoffentlich Allianz versichert. Oh, er ist Schurka-Pick. Schurka-Pick, oh, Schurka-Pick von Neske. Die Frühstücksidee, die so schokoladig gut schmeckt. Schokolade. Das ist ja das Starke daran. Wow, echt gut. Schurka-Pick. Schurka-Pick von Nestle schmeckt schokoladig gut. Und in jeder Packung ist ein toller Stempel drin. Hey, das bin ja ich und ich und ich und ich und ich und ich und ich. Vier verschiedene zum Sammeln. Aufgepasst! Polaroid 600 Plus für einen Dreierpack. Sat.1 präsentiert die offizielle Star-Trek-Chronologie und das Captains-Logbuch 2. Jetzt überall im Buchhandel oder bestellen Sie unter 0531-799-079. Man kennt das ja. Im Leben trifft man viele Pflaumen. Und die können einem das Leben ganz schön schwer machen. Ja, das wird teuer. Aber nicht die Hoffnung aufgeben. Schalter, ihr Schlossen. Es gibt ja zum Glück eine Pflaume, auf die man sich wirklich freuen kann. Und ich freue mich darauf, euch in meiner Show begrüßen zu können. Nur die Liebe zählt. Jeden Sonntagabend in Sat.1. Das Programm mit Pflaumen. Tja. Lieber Herr Moretti und Rex, ihr seid zusammen das beste Team auf allen Kanälen. Und dass ihr erst im Herbst wieder kommt, ist viel blöder als Schule. Wenn ihr kommt, ist die ganze Woche gerettet. Du musst nicht bis zum Herbst warten. Er kommt jetzt. Der Kommissar mit den besten Riecher. Extra zur Ferienzeit, Kommissar Rex. Heute Viertel nach acht, natürlich in Sat.1. Pickett Fences, Tatort Gartenzaun. Sie werden ganz vorsichtig im Schritttempo fahren, aber auf direkten Weg nach Hause. Und, was war mit ihr los? Ein Gläschen Wein zu viel. Sie wohnt gleich hier, deshalb habe ich sie fahren lassen. Oh Mann, Sie müssen sogar sehr verliebt sein. Aber Verliebtheit ist kein guter Ratgeber. Erst recht nicht für einen Hilfs-Sheriff. Bei Pickett Fences, Tatort Gartenzaun. Heute 22.10 Uhr in Sat.1. Notựcität. Notiz. Notiz. Vielen Dank.